also um auch noch das gemacht werden ja und ich wollte es nicht nur immer genau stellen ich habe es probiert mit großer Antennen um kann bei mir was an Prozent ja ich bin normaler Antenne benutzen die sich dabei ist komische Antenne gewesen keine andere zur Verfügung ich kann euch auch schlecht zeigen weil ja auch mehr da nicht hingehen können weil da noch andere Sachen sind und egal Prozent Prozent vertreten und Prozent Prozent vertreten die Anspruch Antenne der Schmerz war ich bin das auch gelaufen kann über 6 Mauer hat nur umgespannt mit der Antenne Kappel er wird er hat ja er wird kennen letztlich und hohe DQ allgemeine Anruf er das Ding so auswählen Schoppel-Flob-Antennen ich habe eine große Antenne vom Funkscanner und ich habe noch eine Funkscanner Antenne wir lassen es noch mal durchlaufen dann gibt es nix Schwedenken Antenne holen um genau und hier und Hölle die ich verwendet habe diese Anschluss so die hat nix gebracht weil ich rede jetzt noch freundin das Ding kommt ja die ist sehr lang mit also ich habe einen Ständer dazu für außen den gleichen Anschluss oder in um ja wir werden die jetzt nicht aufs Dach also das machen wir jetzt natürlich nicht das werde ich nachher mal probieren ich kann ich dann ein Update Video machen ich habe hier noch so eine kurze Scanner Antenne den kann ich euch dann auch mal vorstellen den kann ich euch dann auch mal vorstellen das ist ganz cool also das Teil gefällt also das Teil gefällt mir sehr gut das so aber das gehen wir noch hin wie das zugeht das Teil und so weiter ganz cool ich werde jetzt einfach hier die Antenne abnehmen jetzt machen wir noch mal die Scanner Antenne hin jetzt machen wir noch mal die Scanner Antenne hin ganz normalerweise die Antenne klack dran das ist natürlich nicht so schön wie ihr seht sieht auch lustig aus dann findet natürlich nix alles ist klar wir holen jetzt die Hose drauf das ist ein 6 in 5 K6 oder 2 in 5 da ist alles gern dann Ja gut, dann finden wir jetzt wahrscheinlich nix, wenn wir dann scannt. Punktzeichen. Der ist echt drin. Können wir hören? Dann. Echt. Logen. Kann ich noch auf den Weg machen? Und nun Gericht. Ok, ähm, ja, ist so scheiße, vor der Kamera natürlich, lass mal die kleine Kamera drauf, ähm, ja, scheiße, ne, ich will Einstellungen und so, hier hinten wo so ein komisches. Und so, hier hinten wo so ein komisches. So, hier hinten wo so ein komisches. So, hier hinten wo so ein komisches. ich bin ich bin dann jetzt in der Beschwingung vorstellen kann Und das sollte es erst mal gewesen sein. Ciao, 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 ciao. Das war das zweite Teil.